Hört man eigentlich noch draußen. Nö. Ja ja, man hört es auch. Da bin ich mal gespannt, was am Ende da rauskommt. Du bist zu stark, oder? Ja. Oh. Ich war auch da. Oh du. Alter, schlick. Ich lenk eine, aber ich lenk noch eine. Ich lenk noch eine. Ah. Na, oh. Tober. Hier kommt der Sonnens. Gestern schlitten wir Salat, äh, eine Tupfischpitzer geholte. Ich wollte schon sagen, gestern ein Salat, was? Ne, Tupfischpitzer habe ich mir gedacht. Tupfischpitzer ist das Beste. Na, der war ganz schön trocken, der Tupfischalger schwebe. Wow, okay. Dann, das ist, das ist dann scheiße. Das war, uah. Oh, schade. Ich hatte gestern schön, äh, im Tag. War das halt gestern? Ja, war gestern. Oh, knusprigant. Oh, knusprigant. Oh, ne. Ne, kapitant. Oh, ne. Das andere macht man nicht. Oh, gut. Schaut so wie. Oh, puh. Boah, da ist gerade einer gesprungen. Hast du was gesehen, Alter? Mhm. Alter, Schwede. Mit Glück hätte er den nicht. Was ist das denn für ein jähnäglicher Versuch von denen? Das ist ja schon Buggie-Style. Boah, schön! Endlich mal mit Magnet wieder geklappt, ey. Aber wenn man den vor sich hat und den man so ein bisschen pömpeln kann, sagt man, ne? Schön langgezogen und reingezwängt. Dann geht das alles. Aber ziehen ist echt schwieriger mit dem Ding. Ja. Das stimmt. Na? Oh. 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 What the fuck? Ich bin auf Verdacht gesprungen und ich hab gar keine Ahnung gesehen. Ey, warte. Scheiße. Achtung, Stachel. Oh. Sehr schön. Aber dieses Durchziehen, Alter. Achtung, Stachel. Hör mal ganz knapp vom Tor, Alter. Achtung, Stachel! Pfiuh! Das sieht immer so aus aus wie viel, Junge. Ja, 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 ja. Lass mich durchspinat sein. Oh, so sieht das aus. Mal platzieren mit der Nacken fort. Ha, 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 ha. Alter. Ja, klar. Oh, schade! Ich bin nicht richtig gelandet. Oh, gut, dass ich so im Sprung bin. Ach, schade. Mach was draus! Ja, 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 Alter. Aber kein Glück. Ich bin nicht! Oder war das von dem? Ne, das war unser. Achso, das war unser. Achso, das war unser. Achso, das war unser. Achso, das war unser, gut. Ich dachte, ein blauer hätte Pamper gemacht. Schon wieder hat doch Minus GT, Alter. Unfassbar, dass du den nicht hast, ey. Ja. Den haben wirklich... Nur uncoole Menschen haben wir, Micha. Oh, Pish! Oh, das war so ne geile Aktion von mir! Oh! Ah, schade. Ich hab den leider nur... Ich hab den leider nur ganz leicht gestreffen. Oh, was? Alter, der wär reingegangen. Oh, scheiße! Hahaha! Geile Parade von mir. Oh, nein! Hahaha! Gerade, als ich gedrückt hatte, Karl Sark hat dabei zugekommen. Ding, nein. Oh! Oh! Oh, was raus! Oh, Alter! Oh! Hahaha! Nein! 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 Boah, klatsch, Alter! Ah, nee! Oh! Boah, das war aber Glück! Ich glaub, das war eher desync. Hä? Was hat der denn mit Pümpel gemacht? Alter! Oh, was ist er da? Oh! 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 Alter 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 Nein 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 Stachel Boah Was für ein geiler Versuch Boah Na Nein Scheiße Ja Alter Was war das denn? Das war ja mehr als krankhaft Alter Krass Vor allem unsere Parade da, Alter Was war da los? Keine Ahnung, ich habe irgendwie Eis gemacht Ja, ich habe auch Eis gemacht, ich habe den an der Decke da angefahren Ne, ich habe den auf den Stachel sozusagen, habe ich den Ah shit Stimmt, der eine Typ für den Stacheln Der hatte Stacheln und den habe ich mir dann irgendwie runter geholt Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass da, also war echt anstrengend Schade Alter, klatsch, klatsch Ähm, Kuga, Alter, ich liebe die Bots, echt, die haben so ein Problem mit den Rumble, echt, das glaubt man gar nicht Ja Unfassbar, was die für Probleme haben Hahahaha 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 Oh, jetzt kriege ich noch eine Kiste Ja Es wäre doch wirklich übertrieben Hahahaha Naja, halt Oder die haben die Kisten... Nää, kann ich mir ja nicht vorstellen Nein, doch dafür sind die viele Leute Pfff, hui Obwohl es eigentlich besser wäre, wenn sie mehr Kisten machen würden Deswegen ist das ziemlich dämlich von dem Spiel gemacht worden, ehrlich Weil die wollen ja verkaufen Schlüssel Bringt mehr Geld Also sollten sie dir raten viel höher machen Ja Ja Öhm, öhm, öhm Aber gut, irgendwie sollen die, äh, Kisten ja auch was Besonderes bleiben Es ist schwierig Öhm, öhm, öhm haha au haha 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 Was machst du eigentlich bei dem Server von deiner Community Data? Brauchst du Häuser oder fliegst du einfach nur rum und freust dich, dass du atmest? Ich spiele ganz normal. So wie immer. Ich baue Häuser, Tame, Spiele, Jager. Alles was ich nicht alles. Wie viele Leute sind da auf dem Server? Vielleicht so 2-3 Aktive. Ohne mich gerechnet. Mich ärgert nur, dass ich jetzt hier... Warum auch nur, spielt hier auf einmal ganz anders aus. Hast du ja gesehen? Das war ja... Das verstehe ich auch nicht. Jetzt bin ich da noch mit meinem Öbelsturm angekommen. Ich muss aber sagen, einige geile Dinos haben sich schon eingefügt in dem Spiel. Den Terentinosaurus zum Beispiel. Mega geiles Teil. Das ist eine richtige Erntemaschine. Mit verschiedensten Fähigkeiten. Der Terentinosaurus. Oder... Der Ju-Tyrannos mit seinen... Mit seinen Brülder. Na ja. Schon gerne. Es gibt auch nervige Viecher. Boah, Alter. Den hätte er lassen müssen. Ja. Aber den hätte ich bekommen. Ach, scheiße. Ausgerechnet jetzt bekomme ich... Stachel. Da hab ich mich nicht genau drauf gehauen. Ja. Das wär perfekt. Haha. Mh, mh, mh. Hup. Hehehe. Sankur! Hehehe. Hmhm. Mh. Woah. Mh, mh, mh. Alter! Waaah! Alter! Alter! Schade, bis ich mal da runter wäre, wäre drin gewesen. Nein! Ich bin im gegnerischen Tor! Da hat mich einer sehr gut und sehr fies getauscht. Ohoho! So! Ey, ich hab mir den selber zugespielt, ja? Bats! Ich denk grad, Alter, was ist das? Er steht denn da am Aps? Das sah mir echt krank aus, Alter! So ganz alleine haben wir das angesehen. Ich fühlte mich auch sehr alleine da vorne. Oh Mann! Jaaaaah, ja! Jaaaaahm! Wie hat man halt das Tauchen, zum seemingly lagen? hättest du dich De 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 Christen echt Der ist echt schies, Alter, man denkt immer so leck'n dich am Arsch an Hattest du den Turflauchdip von den Pizza-Bötchen aufgemacht auf die Tüfe-Spitze? Sonst wär der echt nicht War das echt zu freu Das passt richtig zusammen. Auf Tonverspitzer. Ja, das schmeckt übel, Alter. Ich weiß nicht warum. Ich hab's auch mal ausprobiert, weil das echt so traurig ist. Nein! Alter, wie du in mir in die Kamera geflogen bist! Nein! Schade! Der rechte Pfosten, ich glaub es nicht, Alter. Was für ein geiler Flug von mir gewesen, Alter. Ja, der war echt geil. Und der ist so'n Scheiße. Oh, sauber. Das ist mein zweiter guter Magnet-Tor hier. Äh, gar nichts, Alter. Das Ding wär wirklich geil gewesen. Alter, ich hab viele Tore gemacht. Boah. Oh, was ist denn los mit dir, Hähnchen? Sonst machst du immer die Tore. Äh, ne, eben hab ich sie gemacht und darf hab ich sie gemacht. Da war ich doch nicht frei, Alter. Kevin Nuss. Achhi, Alter. Boah, der hat noch gewirkt. Sauber. Ich wollte ihn einfrieren wieder, ey. Boah, Alter, du bist so'n Assi manchmal. Ja, aber mit Stacheln geht das anscheinlich. Weil ich selber nicht. Ich hab nur die Vorlage gekriegt. Weil ich selber kann ihn nicht vom Kopfraum sitzen. Das ist ja nicht so. Ja, das ist ja alles besser. Ehm. Äh. Eht? Sag, Alter, da steht wieder einer, oder? Ne, ne, der, äh, wollte abwehren. Also, der hat sich bewegt. Nein! Alter! Wer hat den Turbo gegeben? Ja toll, danke. War das gut? Nee, dafür bin ich geplatzt. Ach so. War so gut. BAM. Alter. Ja klar, deswegen bin ich ja hinten geblieben. Und mach jetzt ein Tor. Du Brüder! Du Assi! Das ist... Das bin ich nicht einmal. Das ist Spacken. Ich bin mal da jedes Mal, ey. Nichts kannst du, Alter. Du kannst nur alles andere... Nee, halt, stopp. Ich kann's klauen, Alter. Ja. Das ist aber auch das Einzige. Hä? Ja, ja, ich hab schon mal jemanden gesehen, der so klauen kann, Alter. Nee. Außer Pole. Äh, nicht wahr. Was? Nein. Das ist wohl ein lustiges Verurteilchen. Nicht ernst, Alter. Uah! Das war ich nicht. Hab ich auch nicht gedacht. Oh, Alter. Das ist viel zu früh. Guter Schuss. Mach was draus. Oh, shit. Ich bin vorbei. Nein! Hat er dich weggeblüht, Alter. Oh, wie knapp das war. BAM. Scheiße. Ich bin immer so laut. Nur mal so, als wie heißt das hier... Ähm, wie heißt das hier? Du bist so laut, dass ich dich höre, wenn ich, wie heißt das hier, am Toiletten sitze und die Tür aufarbe. Ja, 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 ich weiß. Bei Rocket League bin ich aber auch immer so extrem laut. Weil ich nicht immer so... Alter, hör'n immer dran. Ich steigere mich da einfach immer zu sehr rein, so. Naja. Das wollte ich sagen. Ach so. Boah, das ist doch wert. Das ist... Unfassbar. Wie kann man so assig sein? Das ist... Halt es mich. Hol' raus, dass ich noch mit ihm selber reinmache. Fähnchen ist der Meisterdieb. Oh, der hat die pinke hatten, meine Fähne. Diese, ähm... Ja, möchte gern Witze mäßig. Hä? Nee, das war auch nicht die Witze. Ja, ich mein, meine rufen halt nicht. Nee, waren die auch nicht. Doch, die hat einen Pink. Ja, das war meine in Pink. Deswegen dachte ich, er war so geil. Ja, sind sie. Boah. Näääääää. Ja, sind sie. Ich wollte da stehen bleiben, damit ich sie sehe. Ja, das sieht krass aus. Sehr schön. Ich spezialisiere mich jetzt echt nur noch auf Steals fertig. Sie. Zu hart, Alter. Ich glaube, der wäre reingegangen von ihm, ne? Aber auch nicht 100 pro sicher. Zwei Tore, zwei Steals. Unfassbar. Ich bin ein Tier, Alter. Was hast du denn, wenn der eine geht, Alter, und wenn der andere da bleibt. Ja. Wobei man da immer nicht weiß, äh, macht er das extra oder ist einfach nur rausgeflogen oder er ist gegangen und, äh, Server reagiert einfach nicht so schnell. Das ist so doof. Ich hatte mir wieder diese Pizza-Käse-Bötchen geholt, also Pizza-Bötchen-Käse. Die sind immer so geil. Ich muss mal Battle-Gorms mal wieder zocken. Das hat gestern wieder so Spaß gemacht, äh, zuzugucken. Ja, weil die's können. Gorm kann das nicht. Der hat das gestern zum ersten Mal gespielt. Okay. Und, äh, hat sogar gar nicht mal so schlecht gespielt. Tamer-King. Das bin ich auch. Und deswegen hab ich das doch eben gesagt, äh, gebracht. Weil der Tamer-King da heißt. Achso. Deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, wer denn noch alles auf dem Server-Zimmer-Modler ist, äh. Ups, Stachel. Oh. Ah. Alter. Ah, Alter. So. Alter, das gibt's so. Seit dem Neuesten werd ich echt immer geklatscht, wenn ich mir das jetzt hier, ähm... Nein, äh, er ist auch gesprungen. Was machen eigentlich die... Oh. Eigentlich ist es mittlerweile echt dumm, immer zu springen. Näh, näh. Ich hab immer Glück. Oh, Alter. Alter, was zur Hölle auf einmal so weg. Oh, wohl dumm nicht, oder? Nein. Oh, ich bin da nicht echt gut. Äh. Alter, warum krieg ich denn dauernd hin, du beschissene Scheiß-Faust-Gottes? Schei. Ich will das los. Boah. Was war das denn? Hm, den hab ich aber gut. Alter, hört auf mich zu rammen! Toll, ich hätte da was in Droh machen können. Aber nein, die müssen mich ja alle ran. Geh auf zu ruckeln! Boah, sehr gut. Poipoi. Draco-Troi und Draco. Ja, Draco. Ah. Nein! Achso, das war einer. Äh. Was? Was? Wie, wie, wie kam der eigentlich auf einmal ins Tor? Das war ganz dumm von mir eigentlich gerade gewesen. Weißt du, was ich gemacht habe? Nö. Ich hab den Torwart... Ich hab den Torwart getauscht. Das Dumme, was ich nicht gedacht habe, der Torwart stand ja direkt in Fahrtreich. Äh, 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 in Richtung Ball. Im Blick Richtung Ball. Und ich, ich war voll... Ich war volle Geschwindigkeit. Aha. Ich bin voll auf den Ball zugeflogen. Also, ich hab den rausgekebt. Nichts kannst du nicht. Nichts nicht. Alter! Könnt ihr mal aufhören, den Ball einmal einzufrieren? Weck du. Alter, was war das für ein Toter-Dock? Nächster! Gut! Oh, du Stealer! Was? Der war reingerollt. Ja, der wär reingerollt. Siehst du? Du, du, du. Äh, das war Riesenbücher, Alter. Hä, wieso? Hä? Ich hab doch... Oh. Achso, ja, stimmt. Weil er so lange gebraucht hat. Deswegen kann ich sie wieder vergessen. Alter. Alter. Ohohohoho. Uh. Ach, scheiße. Das war doof. Obwohl... Oh, war eine gute Vorlage. Scheiße, Alter. Hat er den perfekter rausgekriegt. Der wär drin, du. Ohohoho. Ohohoho. Uaaah. Hahaha. Sehr gut. Das war so geil. Ändlich. Ich war gar nicht. 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 Alter. Da kam ich an. So, dann warst du gar nicht der mit den Boxhandschuhen. Doch, das war ich. Ach ja. Ich war im Wirbelsturm. Ach so. Hattest du ein Wirbelsturm? Ja. Aber, alter. Entschuldigung. Ich platze nun mal nicht unauffällig. Man muss doch erst mal das ganze Fett... Durch die Gegend spritzen. Was? Vor der Nase weggeschnappt. Alter, mein Ball ist weh, Alter. Ich hab die aber gar nicht gesehen. Ja, ich verdreckte nur den Ball. Ja, deswegen hab ich den ja nicht gesehen. Auf einmal wurde der... Auf einmal wurde der Ball immer kleiner. Obwohl ich auf die Zufuhr. Well, der Zettel. Leider in Flugrichtung. Nein! Ich wurde... Oh, ich wurde aufgehalten. Mann! Er hat den noch nicht mal gegeben, ey. Ich hab gestoppt fast. Mit deinem Leben? Mit dem Magneten. Dinger rein. Dinger rein. Heftig halt am Schielen, am Schlechthören. Alter! Alter! Wieso hab ich das einfach voll? Aber egal, der wäre doch so oder so reingelang. Aber wieso hab ich den verfehlt? Ah... Alter! Boah, unfassbar, dass wir immer diejenigen sind, die äh... deutlich am schnellsten sind. Am Start. Alter, ich hab gerade Boxer schon bekommen. Ernsthaft? Ich hab das nicht gesehen. Zack, geschossen. Und in dem Moment, äh, Hildboxer am Schuh gekommen. Boah! Oh! Boah! Alter Spiel! Das war... ...schlüng geschossen. Sehr schön geschossen. Ich hab noch nie mitgerechnet, dass der reingeht, Alter. Häftigung. Was ist für eine Parade? Mach's besser. Hüah! 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 Ich muss weggeklatschen, hab dich, glaub ich, weggeklatschen, Alter. Hüah! Du konntest mal aufhören! Hüah! 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 Ne? Oh doch! Hüah! Alter! Sag mal! Ich mach mit! Jetzt hat er aber. Kiste! Brody Helm im gelben? Neu? So eine Kiste? Nein. So ein Brody Helm, so ein gelben... Wie heißt das hier? So ein gelben... Keine Ahnung. Gullideckel ist noch Modo. Gullideckel? Ich bin Geld weiter. Das ist doch noch geil. Also der war... Gullideckel. Mal was lackiertes, sondern Respekt. Gullideckel. 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 Ich hasse Hohensöhne so sehr ehrlich. Gullideckel. Gullideckel. Chrisiss. Chrisiss. Gullideckel. 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 Jakobs. Krono. Was? Alter! Fünf! Fünf! Naja.